Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sewer. Heute mit ganz einem speziellen Thema. Wir schauen uns heute an, was die Chi, die innere Energie für dich machen kann. Dazu muss ich zuerst ein paar Chi-Gong-Übungen machen und dann sieht man sofort, was das bringt. So, wenn er mich zum Beispiel angreifen will. So, das ist alles mit der Kraft der inneren Stärke. Er braucht viel, viel Training, ist aber sehr effizient. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen weiterziehen. Man kann das Eisenhemd-Kung-Fu, wie sich das manchmal auch nennt, auch aktivieren. Dazu eine andere Übung, damit man das machen kann. Man muss aber zuerst das auch zeigen. Jetzt geht's, er kann mich überall anlangen, berühren, funktioniert. Das wird sich ändern. Dann muss ich mich ein bisschen konzentrieren. coatat. Oops... Ich kann mich blauen. Man muss verstehen, dass ich michтаier, sich liebe. Jetzt muss ich wieder ein bisschen lockern. Ich hoffe, das war eindrücklich. Es war nicht ganz ohne. Es braucht jahrelanges Training. Ich möchte hier auch unsere Freunde von Bull Shido grüssen. Ich wünsche einen wunderschönen 1. April. Geniessen den Tag, viel Spass. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!